Miele Temp-Control. Perfekte Temperaturen für alle Bratvorgänge und zur Soßenzubereitung. Kein Anbrennen, keine Leistungsregulierung, kein besonderes Zubehör. Miele Temp-Control setzt auf Bratstufen und nicht wie herkömmliche Kochfelder auf Leistungsstufeneinstellungen. Warum? Ganz einfach. Für immer gleichbleibend perfekte Ergebnisse bei unterschiedlichsten Bratvorgängen. Komfortabel in der Bedienung und absolut sicher. Die Bedienung ist kinderleicht. Zur Auswahl stehen drei Bratstufen, die die Temperaturbereiche aller relevanten Lebensmittel abdecken und perfekte Ergebnisse garantieren. Um Temp-Control zu aktivieren, einfach die dem Lebensmittel entsprechende Bratstufe anwählen und auf das akustische Signal warten. Das ankündigt, dass Pfanne und Fett die optimale Temperatur erreicht haben. Übrigens ist mit Temp-Control ein Überhitzen von Öl oder Fett ausgeschlossen. Die Temperatur bleibt konstant und nichts brennt an oder wird zäh. Lästiges Hoch- und Runterregeln entfällt. Bei herkömmlichen Leistungsstufen heizt das Kochfeld mit immer derselben Wattzahl, egal welche Temperatur im Pfannenboden herrscht. Das bedeutet, die Pfanne wird immer heißer und irgendwann muss man die Leistungsstufe herunterregeln, um ein Anbrennen der Speisen zu verhindern. Oder die Wattzahl ist so niedrig, dass die Zieltemperatur nicht erreicht und das Lebensmittel damit nicht gar wird. Dank dem akustischen Signal bei Temp-Control beginnt der Bratvorgang erst, wenn die Zieltemperatur erreicht ist. Temp-Control misst fortlaufend die aktuelle Temperatur und reguliert entsprechend die Wärmezufuhr. Die Zieltemperatur wird konstant gehalten. Ein Highlight von Temp-Control ist die Köchelstufe, perfekt für die Zubereitung von Soßen. Mit Aktivierung der Köchelstufe reguliert Temp-Control automatisch auf eine passend niedrige Temperatur. Bei herkömmlichen Kochfeldern muss die Leistungsstufe vorausschauend angepasst werden, damit die Flüssigkeit nicht spritzt oder gar anbrennt. Die Funktion Warmhalten Plus ist ebenfalls auf der Temp-Control Kochzone anwählbar. Essen wird perfekt warm gehalten und kalte Speisen lassen sich damit bequem erwärmen. Temp-Control ist flexibel einsetzbar und kann mit jeder induktionstauglichen Pfanne genutzt werden. Auch Kochen nach Leistungsstufen ist auf dem Kochfeld und auch auf der Temp-Control Kochzone selbstverständlich kein Problem. Technisch funktioniert Temp-Control wie folgt. Unter der Glaskeramik sitzen zwei Sensoren und eine Lampe. Durch ein kurzes Aufleuchten der Lampe wird die Art des Pfannenbodens mittels Reflexion erkannt. Das stellt sicher, dass jede beliebige Pfanne genutzt werden kann und die Elektronik die Energiezufuhr entsprechend anpasst. Die beiden Sensoren messen im Sekundentakt die Temperatur. Sensor 1 misst die Temperatur sowohl am Pfannenboden wie auch unter der Glaskeramik. Der zweite Sensor misst zusätzlich nur unter der Glaskeramik. Anhand dieser Werte kann die Temperatur in der Pfanne errechnet werden. Im Vergleich zu Systemen mit nur einem Sensor ist die Messung viel genauer. Die Elektronik steuert die Energiezufuhr, sodass die Zieltemperatur konstant gehalten wird. Miele Temp-Control garantiert perfekte Ergebnisse, egal ob sanftes Braten, Braten auf mittlerer oder höchster Bratstufe. Nie war Braten einfacher.